Das ist Noemi. Noemi ist 6 Jahre und Schülerin der 1. Klasse. Das ist Noemis Mama. 31 Jahre. Diplom-Ökotrophologin im Qualitätsmanagement. Sie ist alleinerziehende Mama und zwei Kinder. Das ist Noemis echtes Leben. Aber zum Vergleich machen wir ein Experiment. Stellen wir uns vor, Noemis Leben wäre anders gelaufen. Noemi, 6 Jahre, Schülerin der 1. Klasse. Noemis Mama, 31 Jahre, arbeitslos, keine Ausbildung und alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Dann wäre das Monatseinkommen unterschiedlich. Sehr unterschiedlich. Sehen wir uns an, was mit dem Geld passiert. Beim Experiment sind jetzt die liquiden Mittel am Limit. Doch bei der echten Noemi ist lange noch nicht Schluss. Ich bin die Klavierlehrerin von Noemi. Noemi hat bei mir seit ein paar Wochen Klavierunterricht. Zweimal die Woche, montags und donnerstags, jeweils eine Stunde. Wir sind noch ziemlich am Anfang. Aber ich sehe schon Talent bei ihr. Im Moment lernen wir die Noten. Und ich denke, dass sie es noch weit bringt. Ich bin Diplom-Sprachkorrespondentin und gebe Noemi zweimal die Woche Nachhilfe in Französisch und Englisch. Hallo, ich bin Noemi und ich bin sechs Jahre alt und habe und mache gerne Ballett. Hier eine kleine Odyssee in die beiden gegensätzlichen Tagesabläufe. Ich bin noch ein paar Wochen Klavierunterricht. Ich bin noch ein paar Wochen Klavierunterricht. Wo sind wir gleich eine lange Jamie harness richtig und mor Sie sind seit 50 Jahren verankungs��� sehr stolz. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018